Ja, alles gut, Wolfgang Aigner wieder hier. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was erklären über diesen ganzen oberen Bereich. Wir machen jetzt den Schultergürtel. Das ist ein bisschen intensiver, da muss ich mehr Muskeln ins Spiel bringen. Ich werde es versuchen, möglichst einfach zu erklären, dass Sie es auch verstehen können, weil es ist wirklich nicht so einfach, denn ganz viele Muskeln sind in diesem Schultergürtel beteiligt. Schultermuskulatur und Schultergürtel, das hängt zusammen, aber die Schulter alleine ist es nicht, wie viele Leute glauben beim Training. Man muss immer diesen ganzen Bereich mit einbeziehen. Wir machen jetzt einen ganz einfachen Test. Wir schauen, ob die Lendenwirbelsäule hier sich am Boden befindet. Das ist der Fall. Jetzt strecken wir die Hände einfach gerade aus, so die zweite Hand auch, so halten. Und jetzt gehen wir einfach so nach hinten zurück langsam und schauen, wie weit wir kommen. Halt, langsam, schön dehnen. Die Hände nicht so hinunterdrücken, ganz locker lassen. Noch einmal vorgehen, bitte. Also nicht mit Gewalt hinunterdrücken, einfach nach hinten. Mal kommen lassen, schön nach hinten geben. Locker, ganz locker. Ganz locker bleiben. Und jetzt sieht man schon, sie drückt jetzt mit der Hand auch viel mehr mit Gewalt hinunter, weil die Seite, da sieht man ein Unterschied, die ist, auch jetzt sieht man es noch, die andere Seite ist bereits unten. Hier ist da noch ein bisschen ein Abstand. Das heißt, diese ganze Muskulatur hier ist wesentlich mehr verspannt. Wir schauen jetzt noch, das hat mit ganz vielen Muskeln zu tun im Rückenbereich. Der Dissimus dorsi, auch der Pectoralis Muskel, der Pectoralis Major, auch die Rhomboideen sind da beteiligt. Also ganz viele Muskeln kann man einfach feststellen. Wenn man so locker zurückkommt, ist das locker. Schauen wir uns noch speziell die Brustmuskulatur an. Die Hände so rauf, Hände so hinter dem Kopf, aber nicht unten hineinlegen, sondern neben. Noch ein bisschen höher. Hier ganz gerade im Gelenk bleiben. Nein, nicht so, sondern ganz gerade. Hier auch gerade. Und jetzt schauen wir, wenn man hier runterdrückt, ob das schwer geht, das zieht. Und hier auch kommt der Hohlrücken. Also hier sieht man schon deutlich, die Brustmuskulatur ist auf jeden Fall verkürzt. Sie sind ja Friseurin. Und als Friseurin beim Vorgehen natürlich ist diese Brustmuskulatur, wo ich jetzt gleich hinkomme, meistens das Problem, weil diese Muskeln eben verkürzen. Es gibt dann noch einen kleinen Pektoralismuskul, der Pektoralis. Also gibt es den Major, das ist der Große, dann gibt es den Mino. Wir strecken die Hände so aus, den zweiten Arm auch. Ganz normal liegen bleiben. So bleiben wir liegen, die Hände unten ganz locker. Und dann schaut man, wie weit kann man das so nach unten drücken. Kann schon nach unten drücken, aber es ist ein bisschen, spüren Sie da was? Es ist ein bisschen verkürzt, aber es ist nicht so schlimm. Darf ich Ihnen gerade aufhelfen, bitte? Danke vielmals. Also das sind dann diese Muskeln hier. Das sind hier diese kleinen, dieser Mino-Bektoralismuskul, die gehen hier von oben vom Knochenagromialgelenk, praktisch hierher an den oberen Rippen. Und die ziehen praktisch gesagt die Schulter auch noch ein bisschen nach unten und so rein. Und dann darüber haben wir diese großen Brustmuskeln, Pektoralis Major. Man sieht, es ist wie ein Fahrrad mit den Speichen, geht es in sämtliche Richtung. Wir haben eigentlich da drei Anteile. Wir haben einen Anteil in der Brustmuskulatur, der geht nach oben, dann geht es so gerade und dann geht es nach unten. Die ganzen Anteile kann man einzeln trainieren. Man sieht die eigentlich dann auch auf dem Bild ganz gut. Hier sind eigentlich alle Anteile recht gut entwickelt. Man sieht hier oben schön den oberen Bereich. Hier grenzt sich die Brustmuskulatur in der Mitte schön ab. Der untere Muskel ist auch relativ stark entwickelt. Hierzu sind die Brustmuskulatur eigentlich in einem guten Zustand. Bei vielen Leuten sind die Brustmuskulatur leider Gottes so verspannt, dass sie dann mehr oder weniger so eine Innenrotation machen. Das ist speziell am Schreibtisch sitzend, am Computer. Die Leute arbeiten ja viel so und haben immer diese starke Innenrotation. Meistens verbunden mit einem Rundrücken auch. Ich erkläre dann bei der Brustmuskulatur, warum dieser Rundrücken entsteht. Auch jetzt beim Schultergürtel ist das dabei. Und da müsste man dann eher diese Muskeln hier lockern. Das erreicht man am besten, indem man den Muskel trainiert. Die Muskeln hier können oft täuschen. Wenn der Rücken nämlich sehr schwach ist, dann hat das nicht unbedingt hier zu tun, dass man hier so verspannt ist oder so, sondern weil der Rücken zu schwach ist, kommt dann eher das Problem. Man muss es immer einheitlich betrachten. Also die Muskulatur im Brustbereich ist durch Übungen, Liegestützung, was immer, meistens sehr stark nach vorn belastet. Da muss man einen Ausgleich schaffen. Ich komme dann jetzt hier her zu diesen Muskeln im Schultergürtelbereich. Fangen wir mal an. Schultergürtel heißt es, weil diese Muskeln gesamt wie ein Gürtel so herübergehen. Jetzt fangen wir mal an hier zum Beispiel mit der Schultermuskulatur selbst. Also ich möchte dann kurz was über diesen ganzen Schultergürtelbereich erklären. Viele Leute trainieren ja die Schultern so hochgehen auch mit Seitheben, die Arme. Eigentlich kann man nur aus der Schulter selbst bis hierher hochheben. Höher geht es eigentlich aus der Schulter selber nicht mehr. Das funktioniert nur dann, indem sich hier praktisch dieses ganze Schulterblatt mit nach außen dreht. Dann können Sie praktisch den Arm noch höher hochheben. Das machen dann aber nicht mehr hauptsächlich diese Schultermuskeln, was man oft glaubt, sondern das macht dann hauptsächlich, da haben wir hier Muskeln, der heißt Serratus anterior. Der ist auch sehr oft zu schwach entwickeln bei Leuten, wenn sie Schulterprobleme haben. Dann ist auch dieser Muskel oft sehr schwach und deswegen haben sie dann in der Schulter auch, ich komme dann dazu, welche Möglichkeiten da vorhanden sind, dass hier Schmerzen entstehen. Aber dieser Muskel geht hier bis zur neunten Rippe runter von oben. Der ist dann meistens eigentlich auch sehr oft zu schwach. Dann hat man hier einen Gegenspieler und der Gegenspieler ist hier praktisch gesagt, dieser Muskel, diese Rhomboideen, die sieht man hier eigentlich sehr gut. Hier kann man sie gut sehen. Hier ist das Schulterblatt und hier sind die Muskeln, die gehen hier praktisch gesagt, sind an der Wirbelsäule, diese Tonen fortsetzen hier. Und da haben sie auch die Funktion unter anderem auch die Hals- und Brustwirbelsäule auch ein bisschen zu strecken. Das ist also sehr wichtig. Diese Muskeln ziehen praktisch gesagt das Schulterblatt zusammen und diese Muskeln ziehen sie nach vorn. Jetzt ist dieser Serratus anterior Muskel sehr schwach entwickelt. Dann gibt es meistens auch, hat das zu tun mit dieser Alata, also mit diesen Flügeln, was da herausschauen. Capula Alata, das ist praktisch gesagt diese Engelsflügel. Die Leute stellen dann praktisch die Schulterblätter so auf. Das hat insofern zu tun, weil diese Muskulatur mit der Muskulatur nicht harmonisch zusammenspielt. Sonst würden also hier diese Muskeln das schön flach halten, hier auch. Und wenn man die Arme hochhebt, könnte man schön das Schulterblatt mitdrehen. Dadurch würde es da drinnen, in diesem Bereich vor allem, zu weniger Kontakt kommen und auch zu Entzündungen dann weniger kommen. Wir haben da, hier kann man das gut sehen, die Schultermuskulatur selbst hat drei Köpfe. Das heißt, die Schultermuskulen gehen praktisch, wie man hier sieht, oder wie man hier sieht auch gut, die gehen so hinunter, haben aber drei Köpfe. Das heißt, wir haben einen Kopf, man sieht das hier sehr gut. Wir haben hier einen Kopf, der ist da hinten, das ist der hintere Schultermuskel. Dann gibt es einen vorderen Schultermuskel und einen seitlichen Schultermuskel. Das heißt, wenn man die Arme nach vor gibt, arbeitet hauptsächlich der vordere Schultermuskel, in Verbindung natürlich auch sehr stark mit der Brustmuskulatur. Wenn wir nach hinten gehen, machen das hauptsächlich die Muskeln da im hinteren Bereich. Und seitlich, wenn man hochhebt, machen die seitlichen Muskeln. Und je nachdem, wie die entwickelt sind, das sieht man dann schon oft, hat man dann auch eine Fehlstellung schon im ganzen Gelenk. Wobei man kann eigentlich nur die Hände, wenn man sie seithebt, diese Muskeln isolieren. Das geht nicht, wie viele glauben, bis hierher, sondern ab dem Bereich ungefähr hier fangen dann immer an, all die drei Muskelköpfe auch mitzuarbeiten. Aber man kann das gezielt beeinflussen, indem Sie, wenn Sie mit Kurzhantelübungen arbeiten, dann die Hände entweder nach vorheben oder Sie machen die Seitbewegungen nach hinten. Dann haben Sie schon andere Muskelköpfe, was arbeiten. Hier ist das wirklich sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Vielleicht der Grund, warum ich auch keine Schulterprobleme habe, weil diese Muskeln hier bei mir immer dann sehr hart trainiert worden sind. Und hier sieht man auch, jetzt gehe ich da mit dem Arm schon hoch und jetzt wird das hier unterstützt von diesem Trapezmuskel. Man sieht hier vielleicht ein bisschen die Anteile, wie das hier so hoch zieht. Das ist dann dieser Bereich hier. Dieser Kapuzenmuskel, wie er heißt, dieser Trapezmuskel, hat nämlich drei, eigentlich besteht aus drei Anteilen, hat drei Funktionen. Hier sieht man, gehen die Fasern nach oben herauf, hier. Diese Fasern ziehen, praktisch gesagt, die Schultern hoch. Dann haben wir hier, hier verlaufen sie ganz gerade herüber. Diese Bereiche, das sieht man dann hier, ziehen die Schultern eigentlich schön so zurück. Und hier verlaufen die Fasern nach unten. Deswegen heißt er auch in der Volkssprache Kapuzenmuskel, weil er wie eine Kapuze, wenn ich hier unten ziehen würde, wenn ich jetzt so bin und ich ziehe hier, dann richtet mich das hier schön auf. Und aus diesen drei Anteilen kann er hinten ganz gut stabilisieren. Hier sieht man auch bei mir zum Beispiel, wie die Rhomboideen sehr stark entwickelt sind und auch dieser Anteil hier. Hier sieht man schön, wie es zur Wirbelsäule herzieht und wie diese Muskeln da raus, das ist auch der untere Anteil vom Trapezmuskel. Und dann auch hier schön die unteren Muskeln, die sogenannten Rhomboideen, wie sie schön arbeiten. Und hier kommen wir dann noch zu einem wichtigen Muskel. Den sieht man hier nicht, der heißt Levato Ascapule. Das ist ein Muskel, der ist dann hier im Schulterblatt befestigt, geht hoch. Der ist sehr oft, wenn man Stress hat oder Angst hat, der zieht praktisch, ich sage noch einmal, so hoch. Der ist ein wichtiger Muskel, der kommt dann im Halsbereich auch dazu, was dann für die Nackenschmerzen ein wichtiger Teil auch ist. Ich habe selber gesehen, im Winter bin ich am Eis runtergefahren, war es ziemlich steil. Ich war so, habe daran gedacht, meine Schultern runter. Nach zwei Minuten war ich wieder so. Also wenn man angespannten Stress hat, zieht man hoch. Also diese Levato Ascapule, den sieht man hier nicht. Jetzt kommen wir aber hier auch zu diesem Latissimus Dorsi Muskel. Das ist der flächenmäßig größte Muskel am Körper, was wir haben. Der macht auch wieder, in Verbindung mit diesem Pektoralis, nicht Pektoralis, sondern auch mit diesem, er macht hauptsächlich eine Innenrotation der Latissimus Dorsi. Der zieht so die Muskeln, die Schultern praktisch nach innen rein auch. Und die Brustmuskeln, leider Gottes machen das auch. Und da gibt es jetzt eine Reihe von Gegenspielern. Also hier würde man sehen, bei mir der Latissimus, wie weit er hier praktisch nach außen geht. Der ist sehr wichtig auch für die Wirbelsäule, zum Stützen auch. Und da haben wir jetzt für diese Innenrotation, wie gesagt, der hat auch die Funktion, der heißt auch Schürzenbindermuskel, macht praktisch diese Bewegung nach hinten. Dafür hier rotiert er nach innen. Oder Fracktaschenmuskeln sagt man auch in der Volkssprache, wenn man hinten die Hände so in den Fracktaschen reinstecken kann. Und das machen eben Funktionen am anderen der Latissimusmuskel. Und dann haben wir im Gegenspieler natürlich zu diesen ganzen Innenrotatoren, haben wir den stärksten Innenrotator. Das ist eigentlich der Muskel, der geht unterm Schulterblatt heraus. Da haben wir also diese ganzen Schulterblatt-Rotatorenmuskeln. Das heißt ja auch Rotatoren-Manchette, was damit zu tun hat. Da gibt es eben diesen Subskapillaris, Musculus Subskapillaris heißt er, der geht unterm Schulterblatt praktisch, sagt da raus. Zieht praktisch auch wieder so nach innen herein. Und dann haben wir den größten Gegenspieler. Das ist der Infraspinatus, heißt er. Der Muskel geht praktisch hier heraus, hier unterhalb und macht hier die Außenrotation. Und dann haben wir diesen Muskel Supraspinatus. Dieser Supraspinatus geht praktisch hier durch dieses Dach durch, wie mein Finger jetzt. und ist praktisch gesagt dann hier befestigt. Das Problem, was es sehr oft gibt, dass diese Sehne da hier verkalkt, sagt man einfach gesagt in der Volkssprache, das heißt Leute, was stark über den Kopf arbeiten müssen, wie zum Beispiel Maler oder Elektriker oder so, die haben dann später bis zum 40. Lebensjahr, da geht das ganz gut, aber dann meistens eben diese Verkalkung an der Supraspinatussehne oder beziehungsweise dieses Dach hier wird dann relativ eng. Man sieht es hier auf diesem Bild ganz gut. Hier geht also dieser Supraspinatus da durch, bis hier, und der wird dann hier entzunden. Man sieht hier also schön angezeigt, die Entzündung. Es kann auch eine Entzündung bei den Schulterschmerzen kommen hier aus dem Brustmuskelbereich wo der Brustmuskelvektoralis major praktisch sagt, wo der Sehnenansatz dann hier am Oberarmknochen befestigt ist. Oder hier gibt es noch die Bizepssehne. Die Bizepssehne geht hier durch so einen Sulcus, also durch einen Kanal praktisch gesagt. Stellen wir das jetzt hin. Geht es dann praktisch gesagt so hoch und geht dann hier herein. Wir haben da oben beim Bizeps so einen Kanal, wo das durchgeht, da reibt es dann auch und kommt es dann auch oft zu Entzündungen. Also das sind die größten Ursachen meistens bei Schulterschmerzen. Man kann zum Beispiel mit dem Finger auf diese Bizepssehne dann in den Bereich einfach raufdrücken. Es geht hier in der Mitte hoch. Wenn ich hier dann reindrücke, dann spüre ich dann Schmerz. Das sticht dann. Und dann kann man da mehr oder weniger auch ein bisschen testen, wo es hauptsächlich liegt. Das sind dann alles Sachen, die kann man aber mit Training also ganz, ganz wunderbar heilen. Meistens auch wieder hervorgekommen durch eine Abschwächung gewisser Muskeln. Also wenn diese Innenrototoren, diese Außenrototoren praktisch nicht trainiert werden oder nicht zusammenspielen, dann gibt es eben Probleme. Im Grunde genommen ist es einfach beim Training, Sie machen die Gegenbewegung, was Sie den ganzen Tag machen. Sie den ganzen Tag so sitzen, bringt es im Training auch nicht so viel, wenn Sie wieder so Butterfly und Sachen machen. Sie müssen sich öffnen. Also der Position praktisch, ich sage, in die Position gehen. Auch mit den Füßen, wenn Sie den ganzen Tag so sitzen am Stuhl, Übungen machen, wo die Bohrmuskulen arbeiten, nach hinten raus. Eigentlich ganz logisch, Sie machen das Gegenteil von dem, was Sie den ganzen Tag machen. Dann haben Sie das beim Training schon einmal als ein guter Anhaltspunkt. Also das wäre jetzt dieser Bereich. Dann haben Sie den Terosmaio, das Terosmino. Also dieser Terosmaio ist auch noch ein starker Innenrotator. Und diese Muskeln, die gehen dann hier unten noch so her. Die fixieren dann, hier praktisch, ich sage, gehen die alle da hinüber, die anderen so. Und es praktisch, ich sage, dann die Bewegung, wo der Knochen schön so rotiert oder so. So geht es in die Außenrotation, so geht es in die Innenrotation. Außenrotation, zieht es dann, wie gesagt, diese Muskeln fest zusammen. Innenrotation, wenn die Muskeln praktisch, dann auseinandergezogen, das Schulterblatt nach vorkommt. Also man sieht hier auch ganz gut die ganze Muskulatur, den Trampetsbereich. Und dann, was noch ein ganz wichtiger Bereich ist, das ist, dass das alles zusammenspielt und eine Einheit ergeben muss. Also dieser ganze Schultergürtel, dann muss man dann schauen, durch Tests kann man feststellen, in welchem Bereich fehlt es da. Hier haben wir gerade gesehen, zuerst beim Kutzentest die Hände zurück, Brustmuskeln und aber auch hinten im Rücken. Am besten ist, man trainiert vielseitig und man merkt dann selbst, wo man am schwächsten ist, das sollte man halt dann verstärkt trainieren. So, das wäre jetzt eigentlich so das Wichtigste. Was auch noch zum Schultergürtel dazugehört, darf ich nicht vergessen, gehört auch noch der Bizeps und der Trizeps. Die gehen auch hier hoch. Der Bizeps geht vorn hier hoch. Der Trizeps haben wir drei Köpfe, das heißt der Trizeps, Bizeps 2. Dieser Trizeps-Longus, der ist am Schulterblatt befestigt. Das ist der Muskel, der was dann hinten. Man sieht hier, es sind die Trizeps-Muskeln, die machen so eine Hufeisenform. Schön. Und dann haben wir aber noch, ich zeige es Ihnen kurz, dann haben wir hinten noch diesen Muskel hier hinten raus. Kann man vielleicht ganz gut sehen. Ich weiß nicht so. Und hier sieht man, der Muskel, der geht aufs Schulterblatt. Und den braucht man immer, wenn man streckt. Und was sehr oft das Problem ist, wenn die Muskeln keine Balance haben, das Dehnen alleine bringt wenig. Wenn ich jetzt so hoch ziehe, hier zieht sich der Bizeps zusammen und im gleichen Ausmaß wird der Trizeps, der Gegenmuskel, gedehnt. Wenn ich jetzt hier aber diesen Muskel hier durchbiege, dann wird dieser Muskel und automatisch dehnt sich hier der Bizeps-Muskel. Und das sind also viel wichtiger, wie wenn ich nur Dehnungsübungen mache, weil solange ich diese Disbalance nicht beseitige, wird mein Arm entweder in der Stellung mehr sein oder so locker. Und das gibt dann Probleme ganz kurz beim, ich erkläre das vielleicht gleich dazu noch, diesen Tennis-Ellbogen, was viele Leute haben, da haben sie Schmerzen hier, dann da drin, weil das überlastet ist. Sehr oft trainiert man dann an der Unterarmmuskulatur, aber das Problem ist eigentlich mehr am Bizeps selbst. Es entstehen enorme Kräfte durch einen Tennisschläger, auch wenn der Ball herkommt, ist es höchst so. Wenn der Bizeps eine optimale Spannung hat, hat man 5 Grad, wenn man ihn locker hängen lässt, ungefähr so. Jetzt wenn Leute so sind und sie haben hier diesen Tennis-Ellbogen, dann müssen sie zuerst den Bizeps stärker machen, weil wenn der Bizeps da runter geht, der hat mehr Spannung, wenn ich dann schieße, dann habe ich hier einen Halt, der was dagegen haltet. Wenn ich aber nicht praktisch gesagt diesen Halt habe, dann drückt es meinen Ellbogen so durch. Es gibt Frauen, und kann man schauen, wie die Ellbogen praktisch sind, die können sich oft so direkt ein bisschen nach hinten biegen. Normal ist das nicht möglich, weil hinten ist man knochengesichert, im Ellbogen, da geht so der Knöchel drüber, dass man nicht nach hinten strecken kann. Aber man kann es ja so überdehnlich, und wenn die dann im Tennis spielen oder so, haben sie dann das Hauptproblem. So, das wäre jetzt eigentlich das Wichtigste über den Schultergürtel. Also wir haben da sämtliche Muskeln glaube ich durchgegangen. Ja, also wie gesagt, hier immer ganz vielseitig drin, es gibt ein Training für den Schultergürtel und auch speziell für die Schultern, das kann man aber dann differenziert betrachtet eben angehen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Zuschauen.